In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Produktregel in Verbindung der linearen Kettenregel benutzen kann, um verschiedene Funktionstypen abzuleiten. Für den Anfang wäre es natürlich wichtig zu erkennen, wann überhaupt diese Produktregel benötigt wird. Dafür schauen wir uns jetzt zwei Funktionen an. Auf der linken Seite besteht die Funktion aus zwei Terme, dieses xO4 und das Sinus X. Beide Terme beinhalten eine Variable x und die sind miteinander mit einem Malzeichen verknüpft. Ich glaube, ganz gut erkennbar. Auf der rechten Seite haben wir die gleichen zwei Terme, allerdings sind sie beide durch ein Minuszeichen verbunden. Das bedeutet, nur auf der linken Seite wird die Produktregel benötigt, auf der rechten Seite nicht. Bei den nächsten zwei Funktionen ist, glaube ich, genauso gut erkennbar, dass auf der linken Seite zwischen der Klammer und dieser xO-1 ein Malzeichen steht und auf der rechten Seite dagegen nur ein Pluszeichen. Also links brauchen wir die Produktregel, rechts nicht. Bei den letzten zwei Funktionen ist es vielleicht nicht so einfacher Kerbenbar wie vorher. Wenn wir die zwei Terme links und rechts betrachten, dann sehen wir, dass auf beiden Seiten ein Produkt vorkommt. Allerdings, nur auf der linken Seite hat der linke Term eine Variable, dieser xO3 bei 2xO3. Auf der rechten Seite steht da nur eine 2. Das bedeutet nur, die linke Funktion benötigt unbedingt die Produktregel, die rechte Funktion nicht. Da reicht es, wenn wir zum Beispiel nur die Kettenregel nehmen. Als nächstes wäre es natürlich genauso wichtig zu erkennen, wann man in Verbindung mit der Produktregel diese lineare Ketteregel benötigt. Dafür schauen wir die letzten zwei Funktionen auf der linken Seite aus einer neuen Perspektive. Und zwar, wenn wir jetzt diese zwei Funktionen anschauen, sollte euch auffallen, dass die Klammer sowie die E-Funktion unten bei der letzten Funktion verkettete Funktionen sind. Und zwar linear verkettete Funktionen, weil die inneren Funktionen, die roten, einfach nur Geradengleichungen sind. Übersetzt heißt es, für die Ableitung dieser zwei Funktionen benötigen wir zusätzlich zu der Produktregel auch noch die lineare Kettenregel. Und noch eine kleine Bemerkung dazu. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass die lineare Kettenregel bekannt ist. Wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder oben rechts unter dem I-Punkt oder am Ende im Abspann findet ihr auch dazu ein passtes Tutorial. Als nächstes schauen wir uns natürlich die Formel an und versuchen sie dann anhand eines einfachen Beispiels anzuwenden. Man kann das Ganze vereinfacht auch so formulieren. Wenn eine Funktion f von x aus einem Produkt aus zwei Teilfunktionen besteht, hier mit u von x und v von x dargestellt, dann kann man diese Funktion f wie folgt ableiten. Also die Ableitung f' wäre dann u' von x mal v von x plus u von x mal v' von x. Das ist jetzt die Formel, die wir gleich anwenden werden. Und zwar anhand dieses einfachen Beispiels. Also das ist ja eigentlich schon farblich aufgeteilt, was u und was v ist. Und als Hilfestellung habe ich nochmal extra an der Seite abgekürzt geschrieben, u und v beziehungsweise u und v' werden benötigt. Also, unser u, das können wir auch hier hinten eintragen, ist dann x auf 4 und v wäre dann entsprechend Sinus x. Ihr könnt natürlich die Reihenfolge auch vertauschen, das spielt keine Rolle. So wie wir es gewählt haben, können wir dann u' bilden und zwar wäre dann 4x auf 3. Entsprechend ist dann die Ableitung von v einfach nur Cosinus von x. Und jetzt verwenden wir die Formel. Also wir setzen praktisch einfach nur in die Formel ein. Als erstes kommt dann u' mal v, das ist bei uns 4x auf 3 mal Sinus von x. Und dann plus u mal v' also x auf 4 mal Cosinus von x. Und damit wäre die Funktion schon abgeleitet. Damit uns nicht langweilig wird, jetzt noch ein paar interessantere Aufgaben. Noch einen kleinen Hinweis. Die Formel, die wir vorher angewandt haben, kann man vereinfacht auch so darstellen mit u' mal v plus u mal v'. Und die versuchen wir auch bei dieser Aufgabe anzuwenden. Ich glaube, das ist gut erkennt, was u und was v ist hier. Also Klammer wäre beispielsweise u und Wurzel x wäre v. Allerdings benötigt dieser Funktion vor dem Ableiten noch eine kleine Umformung. Und zwar dieser Wurzel x. Wäre es besser, wenn wir es als Hochzahl hinschreiben. Zur Erinnerung, Wurzel x ist nichts anderes als x hoch 1 halb. Und spätestens jetzt können wir u und v festlegen und loslegen. Damit meine ich, die Ableitung lautet dann u' wäre in diesem Fall einfach nur 3 mal v. Da übernehme ich einfach diese Wurzel aus x. plus u, also Klammer auf, 3x plus 2. Und jetzt kommt v', also 1 halb kommen nach vorne. Dann haben wir x und die neue Hochzahl ist natürlich minus 1 halb. Gut, die Funktion wäre schon abgeleitet. Allerdings mit der Darstellung könnte es bei den einen oder anderen Lehrern noch ein Problem geben. Und zwar dieser hintere Term kann man auch wieder als Wurzel darstellen. Das bedeutet, vorne schreibe ich alles unverändert ab. Und hier hinten haben wir dann 3x plus 2 mal. Dieser x mit einer negativen Hochzahl kann man auch unter dem Bruchstrich bringen. Also wir haben dann 1 durch, unter dem Bruchstrich befindet sich bereits die 2. Und wenn x unter dem Bruchstrich geht, dann wird aus der x hoch minus 1 halb eine x hoch plus 1 halb. Und das ist natürlich wiederum Wurzel x. Und so würde das Ganze am Ende vielleicht ein bisschen besser aussehen. Bei der zweiten Aufgabe müssen wir nichts mehr umformen. Wir müssen nur festlegen, was u und v ist. Und das ist nicht sonderlich kompliziert hier. Und gleich mal loslegen. Also f' von x ist gleich. Sinus x abgeleitet ist natürlich Cosinus von x. Also das war unser u Strich. Jetzt kommt mal v mal Cosinus von x. Dann plus u Sinus x. Und dann wird Cosinus abgeleitet. Und Cosinus ist minus Sinus von x. Und ein bisschen könnte man das Ganze noch zusammenfassen. Cosinus x mal Cosinus x sind Cosinus x ins Quadrat. Das kann man auch so schreiben. Cosinus Quadrat von x. Hier hinten plus mal Minus ergibt natürlich Minus. Und dann Sinus x mal Sinus x sind entsprechend Sinus Quadrat von x. Bei der nächsten Beispielaufgabe. Nachdem wir entschieden haben, was u und v sind. Also u wäre natürlich die Klammer hier vorne. Und v dieses x auf Minus 1. Sollte euch auffallen, dass u verkettet ist. Und zwar bedeutet das für uns, bei der Produktregel werden wir dann zwischendurch auch die lineare Kettenregel benötigen. Heißt, sobald wir u' bilden, müssen wir auch diese Kettenregel verwenden. Das heißt, einmal kommen die 2 nach vorne. Das ist die innere Ableitung. Dann die Hochzahl, die 4. Dann wird die Klammer abgeschrieben. Und die neue Hochzahl wäre hoch 3. Also das alles ist unser u'. Entsprechend haben wir dann mal v mal x hoch Minus 1 plus u. Dann übernehmen wir die Klammer unverändert. 2x minus 5 hoch 4. Und v' wäre in diesem Fall dann Minus 1. Die kommen nach vorne. x hoch Minus 2. Natürlich können wir an dieser Stelle noch ein bisschen was vereinfachen. Und zwar 2 mal 4 hier vorne ergeben 8. Und das x hoch Minus 1 beispielsweise könnte man auch unter den Bruchstrich bringen. Dann hätte man 8 mal 2x minus 5 hoch 3. Und das Ganze durch x. Auf der rechten Seite so ungefähr das gleiche. Das Minuszeichen könnte man, also diese Minuszeichen könnte man auch nach vorne ziehen. Dann haben wir minus 2x minus 5 hoch 4. Und das x hoch Minus 2 könnte man auch unter den Bruchstrich bringen. Und dann daraus eine x hoch 2 machen. Bei der vierten Beispielaufgabe haben wir eigentlich das gleiche Problem. Also okay, u und v sind glaube ich auch ganz gut zu erkennen. Allerdings wäre an dieser Stelle dann v linear verkettet. Dann müssen wir an dieser Stelle beim Ableiten aufpassen. Also f' von x ist gleich. Als erstes u', das ist ja natürlich nur 3 mal v mal Sinus von Pi minus 2x. Dann plus 3x. Und dann kommt die Sinusfunktion. Die innere Ableitung wird dann nach vorne gezogen. Das ist die minus 2, also Pi fällt weg. Das ist eine Zahl. Und minus 2x abgeleitet sind dann minus 2. Und aus der Sinusfunktion wird natürlich beim Ableiten eine Cosinusfunktion. Deshalb haben wir hinten noch Cosinus von Pi minus 2x stehen. Die Vereinfachung bringt hier nur wenig, aber man kann hinten ein bisschen zusammenfassen. Vorne bleibt alles so wie es ist. Also 3 Sinus Pi minus 2x. Und hinten 3x mal minus 2 sind natürlich zusammengefasst 6x Cosinus von Pi minus 2x. Und das hier sind die letzten Beispielaufgaben. Wenn ihr an dieser Stelle das Gefühl habt, die Regel verstanden zu haben, könnt ihr gerne auch auf Pause drücken, selbst die Aufgaben lösen und mit meinen Ergebnissen vergleichen. Also legen wir los. Ich glaube bei der ersten Funktion sollte klar sein, was u und was v ist. Allerdings benötigt sie wieder eine kleine Umformung, bevor wir mit dem Ableiten loslegen. Das heißt, die Wurzel muss umgeschrieben werden als 3x plus 2 hoch 1,5. Und jetzt offiziell, das hier ist für uns u und die Klammer wäre natürlich unser v. Und wir haben wieder eine verkehrte Funktion hinten. Also f' von x ist dann gleich, u' sind dann entsprechend 2x mal v mal Wurzel aus 3x plus 2 plus u x² mal und jetzt wieder lineare Kettenregel. Heißt, die 3 kommt zuerst raus aus der Klammer, dann die Hochzahl 1,5. Dann wird die Klammer übernommen. Und die neue Hochzahl lautet dann minus 1,5. Natürlich könnte man das Ganze auch hier noch ein bisschen zusammenfassen. Also damit meine ich den hinteren Term. Vorne schreibe ich alles unverändert ab. Und hinten dann die 3 und das x hoch 2 bleiben oben im Zähler. Also wir haben 3x hoch 2. Und im Nenner befindet sich einmal die 2. Und dann kommt noch die Klammer wieder hoch minus 1,5 und wird eine Klammer mit hoch 1,5. Und das ist natürlich wiederum unsere Wurzel vom Feuer. Also Wurzel aus 3x plus 2. Bei der nächsten Beispielaufgabe müssen wir den linken Term auch ein bisschen umformen. Wir haben x hoch 2 unter dem Bruchstrich. Also das ziehen wir nach oben, also x hoch minus 2. Und die Klammer bleibt uns erstmal erhalten. Und auch hier taucht natürlich eine Verkettung auf, bei der Klammer hinten. Entsprechend sind das dann das hier u und die Klammer v und wir können wieder loslegen. f' von x wäre dann u' ist dann minus 2x hoch minus 3 mal v, also 3 minus 5x hoch 3. plus u, x hoch minus 2 oder ich kann auch 1 durch x² schreiben, ist ja egal. Mal die verkehrte Funktion hier hinten abgeleitet. Also aus der Klammer kommt die minus 5 nach vorne. Dann folgt die Hochzahl, die ist ja 3. Dann die Klammer abgeschieben und die neue Hochzahl ist natürlich hoch 2. Minimal könnte man auch hier ein bisschen noch schöner schreiben. Entsprechend haben wir hier vorne dann minus 2 durch x hoch 3, wenn wir das x hoch minus 3 wieder im Nenner bringen. Mal diese Klammer, 3 minus 5x alles hoch 3. Und beim hinteren Term würde ich einfach nur die Zahlen oben hier zusammenfassen. 1 mal minus 5 mal 3 sind minus 15. Durch x² mal die Klammer mit der Hoch 2. 3 minus 5x hoch 2. Bei der Aufgabe 7 müssen wir nichts mehr umformen. Wir können gleich festlegen, was u und v sind. Das ist u und das ist v. Und gleich loslegen mit der Produktregel. Das heißt, u' wäre dann entsprechend 6x hoch 2 mal v mal e hoch 3x. Plus u 2x hoch 3 mal. Und jetzt wird die e-Funktion abgeleitet. Die e-Funktion ist natürlich auferkettet, aber es ist sehr einfach sie abzuleiten. Man zieht einfach nur die Zahl vor dem x nach vorne, sonst bleibt alles gleich. Entsprechend haben wir dann 3 e hoch 3x. Was hier noch nützlich wäre, ist das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Bei der e-Funktion kann man immer dieser Exponentialanteil, also dieser e-Funktion, ausklammern. Man kann auch ein bisschen mehr ausklammern in diesem Fall, allerdings ist es nicht notwendig. Es reicht, wenn ihr das e hoch 3x nach vorne zieht. Entsprechend bleiben dann auf der linken Seite nur noch 6x hoch 2 übrig. Und auf der rechten Seite 2x hoch 3 mal 3 sind entsprechend dann 6x hoch 3. Und das wäre eine Möglichkeit, die Ableitung dieser Funktion darzustellen. Bei der letzten Aufgabe ist, glaube ich, auch ganz gut erkennbar, was eigentlich u und v sein sollte. Allerdings tun wir auch hier erstmal das Ganze ein bisschen umformen. Wir haben 3x mal x hoch 1 halb. Und jetzt könnten wir beispielsweise das hier als u und das hier als v definieren. Wenn wir dann mit der Produktregel loslegen, hätten wir dann u' sind dann 3 mal x hoch 1 halb. Das ist Wurzel x. Und plus 3x mal 1 halb mal x hoch minus 1 halb. Ja, und das Ganze könnte man noch ein bisschen kompakter darstellen. An dieser Stelle dann schreibe ich 3 Wurzel x. Hier vorne haben wir dann, bleibt oben ein Zähler, plus 3x. Und unter dem Bruchstrich steht einmal die 2 und dann dieser x hoch minus 1 halb runtergebracht, ist natürlich wieder die Wurzel aus x. Allerdings wäre das jetzt nicht die beste Möglichkeit, diese Funktion abzuleiten. Also man kann hier die Produktregel anwenden, aber man kann es auch anders machen. Vielleicht ist den einen oder anderen von euch da schon aufgefallen. Nachdem wir die Funktion umschreiben als 3x mal x hoch 1 halb, könnten wir eine gewisse Potenzregel hier benutzen und diese 2x zusammenfassen. Nicht vergessen, hier steht eigentlich eine x hoch 1. Entsprechend, wenn wir das Ganze zusammenfassen, haben wir 3 mal x hoch 1,5 oder x hoch 3 halbe sozusagen. Und das heißt, für diesen Term brauchen wir bestimmt keine Produktregel. Da reicht Potenz- und Faktorregel an der Stelle. Also, f' von x wäre dann entsprechend zu der 3 nach vorne kommen noch die 3 halbe von vorher. Und dann ziehen wir aus der Hochzahl 1 ab und haben einfach nur 1 halb. 1,5 minus 1 sind 1 halb. Wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, 3 mal 3 halbe sind entsprechend 9 halbe mal Wurzel x. Und diese Ergebnisse sind natürlich einfacher und kompakter als das hier. Man könnte auch das hier alles zusammenfassen. Natürlich käme man auf das Gleiche raus. Aber so ist es in diesem Fall ein bisschen einfacher. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass ihr euch an die Grundlagen der Ableitungsregel erinnert, wie Potenzfaktor und Summenregel. Außerdem habt ihr gesehen, dass die lineare Kettenregel eine sehr wichtige Rolle spielt. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch die allgemeine Verkettung von Funktionen rechnerisch und grafisch von großer Bedeutung. Und natürlich gibt es noch die grafische Ableitung. Wenn Bedarf Tutorials zu alle dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.